Die BoneBridge ist ein teilimplantiertes Hörsystem. Sie eignet sich für Menschen mit Schallleitungsschwerhörigkeit, kombiniertem Hörverlust oder einseitiger Taubheit. Das BoneBridge-Knochenleitungsimplantatsystem besteht aus einem Audioprozessor, der außen am Kopf getragen wird, und einem Implantat, das unter der Haut sitzt. Der Audioprozessor wird mit Magnetkraft über dem Implantat gehalten und lässt sich sehr diskret tragen. Schallwellen werden von den Mikrofonen des Audioprozessors erfasst. Der Audioprozessor wandelt diese in elektrische Signale um. Die Signale werden durch die geschlossene Haut an das Implantat gesendet, das direkt mit dem Schläfenbein verbunden ist. Das Implantat empfängt die elektrischen Signale, wandelt sie in mechanische Schwingungen um und überträgt diese auf den Schädelknochen. Über den Knochen gelangen die Schwingungen ins Innenohr. Deshalb wird ein solches Implantat Knochenleitungsimplantat genannt. Mit der Übertragung von Schwingungen durch Knochenleitung werden das Außen- und Mittelohr überbrückt. Das Innenohr verarbeitet die Schwingungen wie beim natürlichen Hören und leitet die akustische Information an das Gehirn weiter. Der Samba 2 Audioprozessor ist vollgepackt mit modernster Hörtechnologie. Er passt sich unterschiedlichen Hörumgebungen an und speichert individuelle Einstellungen, um das Hörerlebnis zu optimieren. Als fortschrittlichstes, aktives Knochenleitungsimplantatsystem bietet die BoneBridge hochqualitatives, angenehmes und zuverlässiges Hören.